Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir. Unter meinem letzten Haarschneide-Video bzw. als ich meine Spitzen geschnitten habe, hat die liebe Jill einen Kommentar geschrieben, danke dafür, und gefragt, ob ich vielleicht eine kleine Haarroutine abfilmen könnte bzw. mit was ich meine Haare wasche, pflege, färbe und ich finde die Idee eigentlich ganz cool und dachte mir, dass ich das heute einfach mal abfilme für euch. Es sind natürlich jetzt keine Secret-Tipps dabei, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen natürlich und er probiert neue Produkte aus und hoffentlich gefallen sie euch dann natürlich auch. Ich würde direkt mal starten mit, wie ich meine Haare wasche und zwar ganz kurz meine Haar-Story. Ich habe wirklich jahrelang meine Haare nicht länger bekommen als so. Ich hatte halt zu der Zeit auch noch blonde Strähnen, also blondierte Haare und es war wirklich, ich war so verzweifelt, ich habe alles ausprobiert. Meine Haare wollten nicht wachsen. Sobald sie ein bisschen gewachsen sind, waren die Spitzen wieder so splissig, dass ich sie abschneiden musste und ich war mega traurig, immer wenn ich andere Girls gesehen habe mit schönen langen Haaren. Und ich habe, wie gesagt, alles ausprobiert und irgendwann bin ich dann auf Plantour21 gestoßen. Das ist jetzt wirklich keine Werbung. Es war Tatsache. Plantour21 hat mich meine Haare extrem wachsen lassen. Die Haare von mir sind in kurzer Zeit so lang geworden. Ich zeige das jetzt mal. Das ist hier das Elixier, aber genau dasselbe gibt es auch als Shampoo. Das sieht so aus. Es gibt Plantour 49, 53, irgendwie so und eben Plantour21 und ich habe dann mit Plantour21 angefangen. Das Shampoo ist ein wenig teurer, aber ich konnte es nicht glauben. Meine Haare waren plötzlich, also die haben so schnell gewachsen, sind so schnell gewachsen und ich habe das dann regelmäßig verwendet. Also bei jeder Haarwäsche habe ich Plantour21 benutzt. Und ja, ich weiß, man will es nicht hören, aber ich habe meine Strähnchen rauswachsen lassen. Ich bin jetzt wieder extrem dunkel. Also ich bin Natur, mein Naturton ist einfach braun oder hellbraun, aschbraun, so in die Richtung. Und ich habe das ganze Blonde rauswachsen lassen und meine Haare sind einfach durch die zwei Kombinationen nicht mehr blondieren und Plantour21 so gesund und lang geworden. Und ich habe es dann wirklich auch jedem meiner Freunde, habe ich das immer weiter empfohlen. Da aber auch die Sache, nicht jeder verträgt dieses Plantour21. Ich habe es mega vertragen, meine Haare haben es extrem gut angenommen. Bei einer Freundin von mir hat es gar nicht funktioniert und sie fand, ihre Haare haben sich danach komisch angefühlt. Also wirklich, man muss es einfach austesten. Ich kann es nicht garantieren, dass es bei euch klappt. Bei mir hat es mega gut funktioniert und ich bin Plantour21 so dankbar. Vielleicht ist es Kopfsache, ich weiß nicht. Vielleicht gab es einen Hormonumschwung zu der Zeit. I don't know. Aber ich kann einfach nur sagen, dass durch Plantour21 und nicht mehr blondieren, beziehungsweise nicht mehr so starkes blondieren, sondern nur noch färben, meine Haare jetzt eigentlich so sind, wie ich sie mir gewünscht habe. Lange Zeit. Genau. Plantour21 habe ich als Haarwäsche benutzt und ich switche aber im Moment immer hin und her. Also ich benutze beispielsweise auch Head & Shoulders gerne mit dem Apfelgeruch. Ich finde, es riecht einfach mega frisch. Ähm, I like. Also ich switche da immer ein bisschen zwischen Plantour21 und Head & Shoulders. Meistens mache ich so drei, vier, fünf Monate Plantour21, dann wieder drei, vier, fünf Monate Head & Shoulders. So wie ich es vom Gefühl her habe. Und genau, die zwei Shampoos benutze ich eigentlich so regelmäßig. Zusätzlich, die sieht schon richtig mitgenommen aus, weil die leer ist und ich sie schon wegwerfen wollte, benutze ich diese, also diese Maske, Haarmaske von Langhaarmädchen. Habe ich in DM geholt. Ich finde die richtig, richtig gut mit Bambuswasser und Ginko. Und die benutze ich so einmal die Woche, schmiere die mir in meine Spitzen. Manchmal auch, wenn ich merke, meine Spitzen sind jetzt im Winter mega trocken geworden, dann benutze ich die wie ein Conditioner. Also ich schmiere sie in meine Spitzen, lasse zwei, drei, vier Minuten einwirken. Und danach kann ich meine Haare auch richtig gut durchkämmen. Also diese Haarmaske von Langhaarmädchen kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau. Und dann, wenn ich merke, ich brauche nochmal extra Pflege, ich kann meine Haare nicht so gut durchkämmen, benutze ich immer noch von Gliscor. Dieses, das habe ich auch in dem Spitzenschneiden-Video gezeigt, von Gliscor Hair Repair All Nutritive Express Repair Spülung. Finde ich auch richtig gut für strohiges und strapaziertes Haar. Sprühe das einfach nochmal hier in meine Spitzen rein und dann kann ich meine Haare einfach auch viel, viel besser durchkämmen. Genau. Dann, was ich auf jeden Fall extrem liebe, das habe ich in dem Video gezeigt, als ich gezeigt habe, wie ich meine Haare glätte, ist dieses Haaröl. Es ist von Nushar Lux Treatment Oil und wie ich ja schon erwähnt habe, dieses Haaröl, es riecht göttlich. Ich liebe dieses Haaröl. Also wirklich, es ist, ich liebe es. Ich habe noch nie so ein gut riechendes Haaröl benutzt. Und das gebe ich mir dann, ich mache es jetzt auch direkt, einfach zwei Pumpstöße in meine Handflächen. Ich verreibe es dann und dann gebe ich das wirklich so in meine Spitzen. Ich gebe das so rein und verteile es so gut wie möglich. Nimmt wirklich nicht zu viel, weil es ist extrem pflegend und nicht, dass die Haare dann fettig aussehen. Aber ich gebe das dann einfach so in meine Spitzen rein und, also ich hoffe, ihr könnt es sehen, aber die Haare sehen schon mega glänzend aus, einfach nur durch dieses Öl. Wenn ich merke, ich habe ein bisschen zu viel reingegeben, dann tue ich es einfach für so, also dann käme ich es ein bisschen nochmal durch. Also ich käme es dann einfach nochmal so ein bisschen durch. Dann verteilt es sich auch nochmal besser. Aber ich finde, die Haare sehen dadurch einfach so schön glänzend und gesund aus. Unglaublich. Also kann ich nur empfehlen. Es ist etwas teurer. Ich glaube, ich habe 20 Euro dafür gezahlt. Aber wirklich ist es ergiebig und das beste Haaröl, was ich bisher benutzt habe. Und wir kommen auch schon zum nächsten Part, mit was ich mir meine Haare kämme. Es ist tatsächlich ein Tangle Teaser. Ich weiß, die sind schon out. Meine beste Freundin hat letztens zu mir gemeint, was ist das ein Tangle Teaser? Das war vor 10 Jahren in. Ich weiß, aber tatsächlich kann ich mit einem Tangle Teaser meine Haare einfach am besten durchkämmen. Ich benutze diesen Tangle Teaser seit 10 Jahren. Da, wo sie eben in geworden sind, da habe ich mir einen geholt. Und seitdem benutze ich diesen Tangle Teaser. Und ich bin so zufrieden. Also damit kann ich wirklich meine Haare am besten durchkämmen und habe weniger Probleme, als es mit anderen Bürsten. Genau. Also zum Haarekämmen ein Tangle Teaser. Und dann noch, ich benutze keine normalen Haargummis. Also ich habe hier gerade eins hängen. Ich benutze nicht diese normalen Haargummis. Sondern ich benutze immer so ein, ich glaube, Invisibobble heißen die. Ich benutze immer diese Invisibobble. Ich habe das Gefühl, die sind einfach für meine Spitzen besser. Und machen meine Spitzen nicht kaputt. Rauen die Spitzen nicht auf. Wirklich. Also kann ich nur empfehlen. Habe ich jetzt, glaube ich, auch im DM geholt. Und, ja, in Braun, dann fallen sie auch nicht auf. Gibt natürlich verschiedene Farben, wenn jemand bunt möchte. Ja, als Haargummi benutze ich immer diese Invisibobble. Und noch ein Thema Haarschutz. Also Haar-Hitze. Hitzeschutz, genau. So nennt man es. Ich bin einfach kein Fan von Hitzeschutz. Ich habe so viele Hitzeschutz-Sprays ausprobiert. Und ich war nie zufrieden. Und ich finde, meine Haare haben sich danach immer mega komisch angefühlt. Und ich vergesse es. Und ich bin da einfach echt kein gutes Vorbild, was das angeht. Manche benutzen ja wirklich vor jedem Glätten oder Locken Hitzeschutz. Und das mache ich nicht. Aber immer mal wieder, wenn ich daran denke, benutze ich eins. Und da kann ich das hier empfehlen. Sieht so aus. Ist von Sexy Hair. Smooth Sexy Hair. Smooth and Seal. Anti-Frizz and Anti-Shine. Ich habe es vorhin gegoogelt, wo man es finden kann. Beim Douglas ist es im Moment, glaube ich, nicht lieferbar. Aber es steht dran, demnächst wieder lieferbar. Und zwar ist es ein Hitzeschutz, der bis zu 250 Grad genau schützt. Und wie gesagt, Anti-Frizz und Anti-Shine-Spray. Ich finde es nicht schlecht, dieses Hitzeschutz. Also besser als die, die ich in der Drogerie gefunden hatte. Deswegen, falls ihr auf der Suche nach einem seid, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Probiert es aus. Passt natürlich auch nicht zu jedem. Aber ich habe auch zwei, drei Freundinnen von mir damit angefixt, die sich das geholt haben. Und es viel besser fand, als die bisherigen Hitzeschutz-Sprays, die es benutzt haben. Dann hatte ich mir vorgenommen, diese Tabletten hier zu nehmen. Haut, Haare und Nägel. Bekommt man auch im DM, Müller und so weiter. Ist Vitamin A und Biotin als Beitrag für den Erhalt normaler Haut. Und Zink unterstützt den Erhalt normaler Haare und Nägel. Ja, täglich eine Tablette mit Flüssigkeit einnehmen. Ich habe es mir vorgenommen. Ich habe es bis jetzt noch nicht durchgezogen. Ich sehe es bei anderen, die das regelmäßig benutzen und sagen, dass es ihnen hilft. Ich kann nicht viel dazu sagen. Man könnte es ausprobieren. Wie gesagt, ich habe es auch bei vielen Influencern und so gesehen. Aber selbst noch keine Erfahrung damit. Ich habe es mir aber gekauft. Jetzt muss ich halt einfach nur noch regelmäßig diese Tabletten nehmen. Dann könnte ich davon berichten. Aber wie gesagt, ich wollte es einfach mal auch als Inspo mit reingeben in dieses Video. Habe ich einfach bei anderen gesehen und die waren davon überzeugt. Genau, und dann kommen wir zum Punkt Haare färben. Ich habe ja auch ein Video aufgenommen und hochgestellt, wo ich meine Haare getönt habe. Ich färbe meine Haare nicht, ich töne meine Haare nur. Und das ist circa... Genau, ich gehe alle zwei bis drei Monate zum Friseur und lasse meine Spitzen schneiden. Und auch alle zwei, drei Monate töne ich meine Haare. Und zwar mit der Farbe... Ich hoffe, ihr könnt es gut lesen. Von Mouvida Garnier in der Farbe 45 Dunkelbraun. Ich habe jetzt auch vor zwei Tagen meine Haare getönt. Das ist die Farbe, die rausgekommen ist. Ich finde es schön. Also ich mag die Farbe. Es ist natürlich Geschmackssache. Manchmal, je nachdem wie das Licht einfällt, wirken sie orange... 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 Ihr wisst, was ich meine. Es ist kein Asch... Also kein aschiger Ton, aber in der Drogerie gibt es auch aschige Tönungen. Genau, finde ich mega easy. Kostet drei Euro, glaube ich. Und ja, ich töne meine Haare einfach alle zwei bis drei Monate selber. Gehe dafür nicht extra zum Friseur und bin bisher recht zufrieden. Genau, damit töne ich dann eben regelmäßig noch meine Haare. Und noch zwei letzte Punkte, die ich erwähnen wollte. Ich bin eigentlich auch mit meinem Glätteisen, mit meinem Lockenstab zufrieden. Deswegen dachte ich, ich nehme die zwei Punkte auch noch mit rein. Als Glätteisen habe ich das von Remington Keratin Therapy. Sieht so aus. Ich finde zum einen ist es einfach wirklich sehr, sehr schön. Mit dem Silber und dem Roségold. Also, ja, mir gefällt es von der Optik sehr gut. Man kann zwei, drei verschiedene Hitzestufen einstellen. Und ich finde, mit dem Glätteisen habe ich das Gefühl, meine Haare nicht zu sehr zu strapazieren. Genau das also als Glätteisen habe ich mir bei Amazon damals bestellt. Habt einfach ein Remington Keratin Therapy und dann wird das euch sicherlich vorgeschlagen. Und als Lockenstab habe ich genau dasselbe als Lockenstab. Auch wieder Remington Keratin Protect. Ist auch wieder in denselben Farben und ich bin auch mega zufrieden. Also, es gibt Lockenstäbe. Da habt ihr mehrere Aufsätze in verschiedenen Größen. Hier habt ihr wirklich nur einen. Aber für mich passt der. Muss man natürlich für sich selber schauen, ob das die richtige Größe ist. Aber da ebenso mit mehreren Hitzestufen. Und ja, ich finde ihn recht gut. Also, beide Geräte kann ich nur empfehlen. Und dachte mir, ich nehme sie einfach auch mit in dieses Video rein. Genau. Und damit wäre ich eigentlich auch schon durch mit meinen Haarfavoriten. Beziehungsweise mit meiner Haarpflege, Haarroutine. Ich hoffe, es ist vielleicht für den einen oder anderen was dabei. Was er gerne ausprobieren möchte und was ihm dann auch hilft. I know the struggle. Wirklich, jahrelang habe ich mit meinen Haaren gekämpft. Und ja, bin mittlerweile einfach zufrieden, dass ich sie einigermaßen in den Griff bekommen habe. Wirklich dieses Blondieren macht eure Haare kaputt. Glaubt mir, es ist wirklich so. Also, dieses Strapazieren durch das Blondieren, das... Also, eure Haare, die wollen nicht mehr. Ich weiß, natürlich will nicht jeder braunhaarig sein. Oder auch nicht jeder ist braunhaarig. Das ist ja auch das Thema. Aber ich glaube, wenn ihr dieses schöne Blond wollt, dann geht wirklich zu einem professionellen Friseur, der euch da berät und der euch die Haare nicht kaputt blondiert. Also, das ist nochmal von mir ein Rat an euch. Und genau, für alles andere hoffe ich, dass vielleicht ein paar Produkte für euch dabei waren. Und damit wäre ich eigentlich auch schon am Ende von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder ein Abonnement für mich da. Darüber freue ich mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!